In seinem neuesten Buch The Route Beginning beleuchtet Harrys Polo-Freund Meghan, einschließlich des aufschlussreichen Briefes an Prinz Harry. Der Herzog von Sussex, der davor gewarnt wurde, sich selbst als Opfer darzustellen, wird von einem ehemaligen Freund kritisiert, der behauptet, Harry sah alles andere als ein Opfer. In seinen ersten Memwaren machte Harry schockierende Enthüllungen über sein Leben innerhalb der königlichen Familie, befasste sich mit dem Scheitern seiner Beziehung zu Prinz William und behauptete, sein Vater, König Charles, habe grausame Witze über seine Vaterschaft gemacht. Allerdings wies Edward Charles Featherstone, ein Pseudonymer ehemaliger Polo-Spielerfreund von Harry, die Darstellung von Harry als Opfer in einem Exklusiv-Interview mit dem Mirra zurück. Featherstone, der ein Buch mit dem Titel The Route Beginning geschrieben hat, äußerte seine Enttäuschung über Harrys Memwaren und erklärte, dass sie ihn darin als Opfer darstellten, was seiner Meinung nach weit von der Wahrheit entfernt sei. Edward hat einen Brief an Harry geschrieben, in dem er ihn ermutigt, über die Opfererzählung hinauszugehen und ihn auf seine Rolle als Fackelträger der Invictus hinzuweisen. Obwohl der Brief noch nicht veröffentlicht wurde, erwägt Edward, ihn auf Plattformen wie der H2Z-Website oder The Route Chronicles zu veröffentlichen. Er betonte die Unangemessenheit von Harrys Verhalten gegenüber seiner Familie und forderte ihn auf, es sich noch einmal zu überlegen. Die Quelle enthüllt auch, dass Meghans Polo-Freundin ihr Verhalten kritisiert und ihr vorwirft, Harry negativ zu belästigen, indem sie ihm beibringt, sich ständig zu beschweren und sich als Opfer auszugeben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Berichten zufolge hat dieses Verhaltensmuster der königlichen Familie geschadet. Während sich sowohl König Charles als auch Prinzessin Kate den jüngsten Eingriffen unterziehen, haben die Sussexes geschwiegen. Die Rolleexpertin Angela Lean weist darauf hin, dass sich Prinz Harry, hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zur königlichen Familie und seiner treuze Meghan, in einer herausfordernden Lage befindet. Lean glaubt, dass Meghan keinen Kontakt zur Familie verlangt, was Harry in eine schwierige Lage bringt. Trotz Harrys Schweigen zu aktuellen Familienangelegenheiten während einer Rede zur Preisannahme behauptet Lean, dass Harrys tiefe Liebe zu seiner Familie fortbesteht, Meghan jedoch Vorrang hat. Der Rohkommentator fügt hinzu, dass Meghan der königlichen Familie nie Respekt gezeigt habe und Harry in dieser Hinsicht negativ beeinflusst worden sei. Laut Levan versuchte Harry, die königlichen Protokolle zu erklären, um Meghan zu helfen, aber ihre mangelnde Sorge um solche Angelegenheiten hat zu ihrer angespannten Beziehung beigetragen.